Was anderes, wir machen It's Showtime, ja, It's Showtime, It's Showtime, meine Damen und Herren, haben wir auch Nebel? Boah, wir haben sogar Nebelleute, wie geil ist das denn? Pass auf hier, mit Nebel, jetzt hier mit Nebel, mit allen, doch mal dran, paus. Ladies, restliche Eltern. Oh, schade. Oh, schade. T nummer 323. Ist jetzt Ende, reicht jetzt aber auch mit diesem T nummer 323. Ich muss mal Musik machen, weiter, Musik, den ganzen Tag her ist Musik an ist es? Der Moderator, der entire Dстиli Barnes für andere Typen, ja. Achso, ich bin auch ammountd, ich müsste bisschen drehen. Drehen wär gut, ne? Der Regen wäre super, meine Damen und Herren, bedenken wir uns. Ready von Teddy, all right, hold on tight, achten, achten, achten. Ladies, wenn wir drücken so richtig auf die Tube, Achtung, Freunde, alle gut festhalten. Alle gut festhalten, bedenken wir uns, wir ready. Come on, come on, come on. Ab das Seel. Ah, sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. Kurze Pause, kurze Pause, kleine Frage, schnelle Antwort, laute Antwort. Wollt ihr schneller? Zu leise, wollt ihr schneller? Zu leise, wollt ihr schneller? Ja, das Gegenteil von leises Laut, Freunde. Wollt ihr schneller? Okie, 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 ready, ready, take it easy. Wir machen es ein bisschen schneller, ein bisschen normal, ein bisschen toller bei den Arbottirten. Oh, klasse, baby. Ja, im Wartebereich bitte weiter durchgehen, ne? Durchgehen bitte, skusen, durchgehen. Nicht vergessen die Leute reinzuholen, ne? Okie, 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 okie. Ja, noch ein bisschen mehr Riegel, ja. Okay, Moment. Bis hier bin ich ganz zufrieden. Wir müssen mal kurz ein Beus hier machen. Weil in der amodernische Glaube da hat jemand... Oder? Nein. Ich habe nichts gesehen. Sie? So. Freunde, ich bin mit der Gesamtsituation durch, schreibe ich das jetzt. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Meine Damen und Herren, ich erkläre es Ihnen auch gleich. Ich hole Sie mal kurz runter. Ich hole Sie mal gerade runter. Ein Moment, Sekunden. Ich hole Sie runter. Ich hole Sie jetzt ganz langsam runter. Und dann drehen wir alle noch mal miteinander. Das war leider irgendwie noch ein bisschen noch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Gott, Mann. Kann ich mir sich was Tolles anfangen lassen? Wir machen Freizeit zum Vergnügen. Das bedeutet, eigentlich sind wir für Spaß zuständig. Wenn ich Sie frage, wollt ihr noch mal? Dann muss es viel lauter werden. So, also. Wollt ihr noch mal? War nicht schlecht. Ein bisschen zu leise. Wir warten. Fahr mal das Kanosell runter. Vielleicht liegt es auch an der Höhe. Ein Moment. So. Na? Wie sieht es denn aus? Wollt ihr noch mehr? Sehr gut. Wollt ihr noch schneller? Wollt ihr noch länger? Wollt ihr mit rausfallen? Wieso denn? Ja, okay. Alles klar. Ich habe es verstanden. Moment. Ich bastel. Eine Sekunde, meine Damen und Herren. Alter Mann, das ist kein Dehzuch. Tür Nummer 1 ist nicht zu. Tür 1. Tür 1 ist zu. Tür 1 ist übrigens die wichtigste Tür von 1. Nee, nichts machen. Nicht mehr anfassen. Deswegen. Sonst geht es kaputt. Hat eine Million gekostet. Geil, oder? Ah, schön. So, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt noch schneller. Alle gut festhalten. Wir fahren sofort. Volle Pudel. Top Speed. Also, wenn Sie bereit sind, dann geht es uns richtig zur Sache, meine Damen und Herren. Legen wir uns und wirklich los. Wir sind ready for the ready. Achtung. Wir legen uns, baby. Come on. Wir legen uns, baby. Come on. Hey, 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 hey. So, normalerweise würde das Karussell jetzt an dieser Stelle anhalten. Wollt ihr noch eine? Ja. Wollt ihr alle noch eine? Ja. Wollt ihr noch schneller? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich den ganzen Strom herholen soll. Okay, warte. Wir machen es noch schneller bei der Abotierten-Video. Vorsicht. Wir halten euch mal Kopf rüber. Wir halten euch mal Kopf rüber, damit der Klingel drunter fällt. Achso, aufpassen bei der Abotierten. Wir machen das noch schneller. Noch ein bisschen doll, dann noch ein bisschen. Jetzt, na? Ready for Teddy. Wir kommen zum totalen Final. Ready for Teddy. All right, baby. Mit richtig gutem Tempo. 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 Oki doki 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 doku 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 do So, na? Habt ihr die Schnauze voll? Wollt ihr nochmal? Zu leise. Wollt ihr nochmal? Okidoki, komm, eingeben aus. Scheiß ich gar nicht, aber nur weil das Karussell neu ist, ne? Ja, nur was neu ist. Ah, schön! Okidoki, den lieben, komm, 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 komm. Letzte Runde! Letzte Runde! Letzte Runde! Oh, schade! Oh, sie können dann nochmal wiederkommen, ne? Ah, schön! So, wir halten mal nach dem Hotel, das war's mit dem Spaß. Jede Menge Geschrei und... Ja. So, wir halten wieder. Ja, das war's. Oh, schade! Wichtig ist auch, dass keiner rausgefangen ist, oder? Wow, zieh mir das mal rein, Alter, geil! Wer hat man das an? Wir haben's geschafft! Bis zum nächsten Mal! Wir halten! So, wir bedanken uns für das Mitbelegen, wünsche noch einen angenehmen Bummel, lieber einen Rummel, sage Ciao, Ciao und auf Wiedersehen, dübel bitte selbstständig nach oben drücken, danke, tschüss, macht's gut, haut rein, empfehlt uns weiter. Ah, schön!